Zurück zu einer neuen Runde Overwatch. Wir schmieren diesmal einen Heiler. Jetzt wird man reinkommen, aber das ist natürlich blöd, ich habe nicht mehr gehalten, dann haben wir aber ziemlich duff. Ich würde das Mikro ein bisschen höher machen. Ich bewundere die moderne Medizin. Da ist jemand, der ist kritisch verletzt! Ich muss dich heilen! Bleib stehen! Motherfucker! Komm her, Junge! Ah, Mama! Er ist tot! Echt mal, Junge! Verrückte Morge, Junge! Uhuhuhuhu! Ich schnapp mir das Ziel! Da, der ist doch noch zum Heilen! Ich brauche ein Sanitator! Wo kann ich das nicht benutzen? Ja, kein Ding für... Au! Ja, da geht's nicht gut! Die Helden sterben nicht! Ach, kommt! Warte schon wieder lang! Was ist das? Das macht doch meine Ult! Mir stirbt keiner weg! Ah, guck mal kurz! Äh, cool! Wieder Auferstehung! Aha! Das ist klar! Man belebt Jutz wieder! Ah, kommt schon, ich muss da hin! Ich muss doch da hin! Ah, never mind! Das ist nicht nett! Ah, Junge! Wollen wir denn helfen? Feindgeschütz gesichnet! Was ist denn hier? Achso! Das ist ganz normal! Ui! Ach komm! Lass mich mal zu denen da! Der ist kritisch verletzt! Ist... Oder tot? Ah, ist klar! Wo latschen die denn mal lang? Ach, hier oben! Ah, ist klar! Das ist eure Geräte! Zwei! Ui! 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 Ist einer verreckt, dann kann ich ihn eigentlich heilen. Ich kriege da gerade ein bisschen Scham, der Dicke. Das war, glaube ich, die gegnerische, oder? Er war doch unserer. Nur damit sie halt gleich wieder... Wirklich. Der Typ rennt doch hier hinten rum. Er hat den aus dem Map geschoben, Alter. Er hat den aus dem Map geschoben, Alter. Leuchte die gekillt, ne, never, oder? Ist nur eine Unterstützung, oder? Oh, shit. Oh, nein. Ach Gott, oder? Shit. Schade, dass man sich halt nicht selbst unbedingt heilen kann. Das ist halt echt blöd. Das war ein bisschen schneller da hinkommen. Also, Heiler macht schon Spaß. Also, sie jetzt hier macht Spaß. Da bleibt nix open. Na, aber egal, wer halt mal geil ist, auch gehalten werden könnte. Okay, der ist leider tot, der Dude. Da ist er für den Tu. Das ist super geil, dass die da hochspringen. Oh, ich seh'n halt leider nicht. Oh, ich bin schon mein Juts. Ich kann da nichts machen. Es hat blöd, dass ich sich selber nicht heilen kann. Drei wiederbelebt gerade mal. So, wo wäre dich gebracht? Also, der Old wieder Raddi. Ich kämpfe dich wieder auf. Mal gucken, da ist er noch umgefallen. Farah hier. Mh, 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 mh. Feindgeschütz gesichtet. Oh, schau, wo hab ich mir jetzt hingelaufen? Bin ich jetzt hin gelatscht? Ah ja. War jetzt ja totaler Umweg meinerseits. Hi, tschüss. Aua. Aua. Wow. Hau da nicht ab, Junge! Joa. Joa. Super kacke, ey. Super dumm. Die Wunde der moderne Medizin. Die Wunde der moderne Medizin. Die Medizin. Die Leute rennen halt immer von mir weg, ne? Blä, 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 blä. Noch heulig, heulig, süß. Oh, nö, Mann. Ach, das ist doch. Das ist ja alles gay. Boop. Ich denke jetzt mal nicht, dass es was bringt. F*** dich doch. F***. Noch ist es umkämpft, aber ich weiß nicht, dass wir es kriegen. Schon wieder dieser Scheiß-Turm. Quasi einfach nur den Last hat mir gemacht. Ich glaube, solange noch einer drin ist. Ah ne, das wird nix mehr leider. Verlängerung? Oh nice. Ja, aber das war's. Es ist keiner mehr drin. Alles klar. Wieder verloren. Jetzt hat sie verliebt. Richtig krank. Oh ja, Spucker. Pharah. Mir stirbt keiner weg. Alter. Übisch Opion. Ich bin nicht mehr dabei. Holy shit. Hier ist erstmal Ruhe. Oh. 23 Eliminierungen? What the f***? Oh, ist das krank, ey. Die nehmen wir gleich mal als nächstes. Hehehehe. Gut. Ich bedanke mich wieder fürs zugucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.